Gerade habe ich die Polizei angerufen. Da wird dir bestimmt das Grinsen vergehen. Das war ein schwerer Fehler. Die Polizei verhaftet dich wegen krimineller Fettheit. Bleibt gefälligst von meinem Geschäft weg. Dies ist Amerika-Lady. Freier Unternehmergast. Eure Art Unternehmen ist nicht frei und meine Kunden wollen sich so etwas nicht ansehen. Macht diese Frau dir irgendwelche Schwierigkeiten, Florence? Ihr zwei glaubt wohl, ihr hättet ihn erfunden, den Sex. Nein, ich habe ihn perfektioniert. Wo liegt dein Problem, Mama? Das Zeitalter der sexuellen Freizügigkeit. Ihr seid mein Problem. Ihr und euer Schmutz. Ihr macht mir mein Geschäft kaputt. Jetzt verschwindet hier. Los, bewegt euch. Fass mich nochmal an, Lady. Und ich mach aus dir Hackflasch. Sie sind dein Mann? Ach, bitte sag's nicht weiter. Zuckerpumpe. Ich habe die Polizei angerufen. Dein dämliches Lachen wird dir schon noch vergehen. Weißt du, die Bullen tun mir nichts. Die nehmen dich fest, Süße, wegen kriminellen Fettseins. Verschwinde vom Eingang von meinem Geschäft. Wir sind hier in Amerika, Lady. Freies Unternehmertum. Dein freies Unternehmertum kenne ich. Meine Kunden wollen das aber nicht mit ansehen. Macht ihr diese Frau etwas Schwierigkeiten, Florence? Denkt ihr zwei etwa, ihr habt ihn erfunden, den Sex? Nein, wir perfektionieren nur den Sex. Wo liegt dein Problem, Mami? Es ist das Jahrhundert der sexuellen Freiheit. Ihr seid mein Problem. Ihr und euer dreckiger Sex. Ihr beschneidet mein Einkommen. Los, zieht Leine. Verschwindet hier. Fass mich nicht an, Lady. Sonst mache ich Hackfleisch aus dir. Sie sind ein Mann? Ja, und du darfst das nur nie weiter sagen, du süßes Monster. Ich hab dir Bullen angerufen. Da wird dir dein freches Grinsen schon vergehen. Mutter, das war falsch. Die Bullen lochen dich wegen krimineller Fettsucht ein. Mach, dass ihr von meinem Laden wegkommt. Das ist Amerika, Lady. Freies Unternehmertum. Du meinst wohl freier Unternehmertum. Meine Kunden haben keinen Sinn für sowas. Mach die Alte immer solche Probleme, Florence. Denkt ihr etwa, ihr habt den Sex erfunden? Nein, aber ich hab ihn perfektioniert. Was stört dich denn, Mama? Wir sind im Zeitalter der sexuellen Befreiung. Ihr gebt mir auf die Nerven. Ihr vertrat mir meine Kundschaft. Ihr macht mir das Geschäft kaputt und jetzt verschwindet. Haut ab. Na los. Behalt deine Gichtkrallen bei dir, Lady. Ich mach sonst Schaschlik aus dir. Du bist ein Mann. Das wirst du aber nicht weitererzählen. Okay, kleiner Fettarsch.